Mensch sein bedeutet, bestimmte Erfahrungen zu machen. Und was lange Zeit aus dem Ego heraus manifestiert wurde, wird nun durch das Öffnen unseres Herzraumes transformiert. Doch dabei stoßen wir immer wieder auf die Angst vor Kontrollverlust und betreten somit erneut die Schattenwelt. Aber was genau ist diese Schattenwelt? Und inwieweit betrifft sie uns individuell und als Massenbewusstsein? Und wie ist Letzteres eigentlich entstanden? Das sind Fragen über Fragen, die uns jetzt beschäftigen. Das Herzportal und die Entfaltung des Mitgespürs. Jetzt bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Christiane Hansmann. Schön, dass du da bist. Danke, Peggy. Du bist Autorin, Medium und eine wundervolle Seele. Ich freue mich, dass wir heute diesen Raum des Herzens wieder öffnen. Und ich würde gerne einfach so einsteigen, indem ich dich frage, wie geht es dir? Ich bin total gerührt, eben mit deinen, ich gucke mal, ich fange gleich an zu weinen, mit deinen Worten. Ja, es berührt mich sehr, weil Salvador beschreibt, wie wichtig es jetzt gerade in dieser Zeit ist, dieses Thema zu öffnen in der Gemeinschaft. Und ja, wir dieses Wissen teilen, dieses Werkzeug verbreiten, wie jeder Einzelne jetzt wirken kann in dieser Zeit. Ja, in dieser, ja, wie du schon gesagt hast, in dieser, letztendlich sind wir in der Schattenwelt jetzt schon. Ja, wir sind ja mittendrin. Wir müssen uns nur umschauen. Also das, wo wir uns gerade befinden mit unserer Präsenz, ist das Schattenuniversum. Und es geht für uns darum, das zu verwandeln und das in der Gemeinschaft. Es war in der letzten, in der Linie der Zeit, in der Vergangenheit, war lange eine Zeit, wo jeder Einzelne gewirkt hat für sich in seinem System und Bewusstseinsarbeit geleistet hat. Und jetzt geht es wirklich darum, sich als Gemeinschaft zu verbinden und gemeinsam wirken auf Augenhöhe. Also du machst ja inzwischen auch sehr viel live, also nicht nur online. Du gehst auf die große Bühne, bist mit Menschen in Kontakt. Und du sagtest mir vor ein paar Tagen so, ja, ich muss auch präsent sein und präsent bleiben. Das ist auch meine Herausforderung. Was meinst du mit präsent sein und welche Herausforderungen sind es, an denen wir gerade wachsen? Ja, Präsenz bedeutet letztendlich die Präsenz im eigenen Herzraum, also in der Anbindung. Ja, wir haben verschiedenste Energiefelder in unserem System, wo wir immer wieder, ja, shiften, reinfallen, auch unbewusst. Also wenn wir, das kennen wir alle, wir werden getriggert im Außen, irgendjemand sagt einen Satz oder wir sehen etwas und in dem Moment triggert es etwas in uns, eine alte Erfahrung und wir shiften in den sogenannten Zeitraum. Der Zeitraum ist ein Energiefeld, der gebunden ist an die Linie der Zeit. Also wir sind dann in 3D und kopieren alte Erfahrungen immer wieder ins Jetzt rein. Das heißt, wir fallen aus unserer Präsenz heraus, weil wir nur noch kopieren. Ja, das ist wie ein Automatismus, wo wir alte Erfahrungen wieder hier in den Jetzt-Moment holen. Und die Präsenz ist wirklich die Präsenz im Herzraum, in dem Energiefeld, wo wir im Portal, im Herzportal verbunden sind mit der geistigen Welt und mit unserem Original. Also unser vollkommenes Sein einströmt in den Jetzt-Moment, weil jeder Jetzt-Moment einzigartig ist. Und in dieser Präsenz kreieren wir eine neue Erfahrung, neue Materie, ein neues Miteinander. Naja, es ist wie eine neue Kreativität, ein neues Potenzial, was geboren wird. Was uns immer wieder da rauszieht, sind unsere Schattenräume in unserem System. Also wir haben in uns Schattenräume, das ist dieses Zeitenergiefeld, die Zeitmatrix. Aber das Massenbewusstsein hat auch ein Schattenuniversum, wo alle Menschen sozusagen ihre Energien reinspeisen. Je mehr Menschen in ihrer Zeitmatrix sind, also in ihrem Zeitraum, desto mehr Energie fließt von unangebundenem Bewusstsein in das Schattenuniversum des Massenbewusstseins. Je mehr Menschen präsent sind, desto mehr hochfrequente, lichtvolle Energie geht ins Massenbewusstsein und das Massenbewusstsein steigt in der Frequenz. Also das ist eigentlich ein ganz logischer, energetischer Zusammenhang, der da ist. Und wir als Quelle, ja, wir haben die Entscheidung, bin ich in meinem Zeitraum in der 3D oder in meinem Herzraum, dann bin ich in 5D. Weil 5D ist die Raum-in-Raumerfahrung in jedem Jetzt, wo die Räume sich in jedem Jetzt neu entfalten können, die Energiefelder. Der Salvador, ich sage bewusst der, für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen und neu hinzugeschaltet haben, was ist Salvador und wer? Wer, ja, also er beschreibt sich als Lichtwesen, aber als eine Gruppe, also die Lichtwesen, Geistwesen erfahren sich nicht als Individuum, sie sind immer eine Gemeinschaft. Das, was wir jetzt eigentlich auch hierher transportieren dürfen, sie sprechen auch von wir. Salvador ist letztendlich ein Name, wo er sagt, ja, das ist das Log-in, also mit diesem Namen, ist wie beim Computer, du schreibst einen Code und bist eingeloggt. Ja, und so ist auch der Name zu verstehen, also er gibt ein Log-in und mit diesem Log-in ist man halt auch in diesem Energiefeld. Es ist ein, wie alles, ein Energiefeld, ein Energieraum mit einem Portal, einem Herzportal, wo man dann wieder den nächsten Raum betritt. Und so ist Salvador ein Log-in für diesen Raum, für dieses Energiefeld, ja, wo dann mein Feld letztendlich, ja, einen starken Zugang hat. Also das ist wie, die Portale legen sich übereinander, sodass das dann durchströmt hier in diesem materiellen Raum, weil die Lichtwesen sich nicht hier materialisieren können. Das ist unser Potenzial. Ja, sie sind als Energiefeld hier, also sie sind ja um uns, aber sie sind jetzt nicht so dicht in dem Raum, in dem Energiefeld, dass sie jetzt für uns hier materiell sichtbar sind. Also Salvador, wenn man das Wort Salvador nur ausspricht und denkt, sind wir in der Frequenz von Salvador, das heißt, das ist schon das Log-in. Ist es schon das Log-in? Wir sind schon drin, wenn wir jetzt nur drüber sprechen. Genau, wenn du im Herzraum präsent bist. Ja, weil der Herzraum im Portal verbindet mit der geistigen Welt. Der Zeitraum im Portal verbindet mit dem sogenannten Schattenuniversum. Das heißt, es ist ein anderes. Wir sind ja hier in der Polarität. Das heißt, wir haben einen Raum, einen Frequenzraum des Schattenuniversums und wir haben einen Frequenzraum des Lichtuniversums. Wertfrei, wirklich wertfrei. Es ist einfach eine Beschreibung der Frequenzen, ja. Und wenn ich im Herzraum präsent bin, bin ich eingeloggt in die geistige Welt. Bin ich in meinen Zeitraum gefallen durch Trigger, alte Muster, das kennen wir alle, sind wir eingeloggt im Schattenuniversum, auch wertfrei. Je nachdem, wo wir präsent sind, kreieren wir hier in unserem Leben unsere Erfahrung oder die Materie. Wenn du channelst, bist du in diesem Raum Salvador, so nenne ich es jetzt. Inwieweit bist du Salvador? Nur, wenn es keine Zeit gibt, in Wahrheit, ist es vielleicht gar kein gechanneltes Wesen, sondern du selbst bist Salvador in einer höheren Frequenz, der nur downloadet, in die Christiane, die hier im Schatten-Dasein als Licht wirkt. Also wenn wir es jetzt mal ganz runterbrechen, sind wir alle Lichtwesen. Also wir sind alles, alles. Wir sind alle, alles, ja. Das ist halt von der Erfahrung, die wir hier erfahrbar machen, wie einen Stammbaum zu sehen. Wir sind, also Energieräume werden runtergebrochen, 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 bis in diese niedere Frequenz, dieses Abtrennungsuniversum. Die Dichte. Die Dichte rein, ja. Und wir Menschen, um diese Dichte zu erschaffen, sind im Seelenraum als Individuum kreiert worden. Ja, damit wir diese Abtrennung als Individuum, du kannst nur als Individuum eine Abtrennung erschaffen. Als Gemeinschaft bist du nicht abgetrennt. Also braucht es einen individuellen Raum, wo diese Abtrennung als Illusion erschaffen wird, energetisch auch. Durch ein Herztorverschluss passiert diese Abtrennung. Und das Erwachen ist jetzt, das Öffnen des Herzportals, die Anbindung wieder an die geistige Welt, um dann da mit all den anderen Räumen, Wesen, Energiefeldern, sich wieder in Verbindung zu setzen. Also von daher, er ist extern von mir, weil ich mich noch als Individuum, Seele hier definiere, ja. Wenn jetzt die Räume, er sagt, wenn die Ebbe anfängt, die Ebbe fängt an, wenn alle Räume kollabieren. Wenn wir das Schattenuniversum gehoben haben, kollabieren die Räume zurück. Das Universum ist Rhythmus. Wir haben die Flut und wir haben die Ebbe. Ja, es ist eine Ausatmung, eine Einatmung. Und in dieser Ebbe, wenn die Räume zurückgehen, dann werden wir wieder wir im höheren Räumen, ja. Dann ist das wieder das Einsammeln der Räume, die sich vorher wie in einem, weißt du, wie in so einer Flut immer weiter ausgedehnt haben. Und dann geht die Welle zurück. Und wir Menschen sind die, die einen Stopp machen und den Spiegel setzen und die Ebbe einläuten. Wir läuten die Ebbe ein durch die Abtrennungserfahrung. Und das ist alles, das finde ich bei ihm so genial, ich sage ihm, weil für mich ist er noch Individuum, ja. Eigentlich ist es eine Gruppe, aber diese Neutralität, weißt du, es ist eine Neutralität, es ist ein Ist-Zustand. Und in diesem Ist-Zustand wertfrei erlauben wir uns schon, wertfrei zu fließen. Und dadurch fließt es schon und dadurch löst sich schon abgespaltenes Bewusstsein auf. Also allein durch eine Wertfreiheit lösen wir schon abgespaltene Räume auf. Du hast jetzt ein neues Buch geschrieben. Das heißt Das Herzportal. Neues Wissen aus der geistigen Welt. Du sagst, das ist schon sehr, sehr herausfordernd, dass Salvador jetzt mit so ganz schönen Brocken kommt. Unter anderem die Entstehungsgeschichte, der Urknall. Magst du kurz dazu was sagen? Und warum ist es so wichtig, das überhaupt zu wissen? Ist es wichtig zu wissen? Ja, ich glaube, zu verstehen, dass wir Energiewesen sind, die Materie erschaffen. Und dass wir nicht die sind, die auf Materie reagieren. Der Hauptfokus in dieser Entstehungsgeschichte ist, dass er sagt, ihr müsst eine neue Perspektive gewinnen. Evolution ist die Materialisierung der Materie um bestehende Energiefelder herum. Das heißt, wir waren bereits ein vollständiges Energienetz in diesem Raum, der durch den Urknall entstanden ist. Das erklärt er auch wie. Das ist auch Energie, Anatomie oder Physiologie, kann ich gleich nochmal sagen. Aber dieser Urknall hat praktisch uns als Individuum rausgespalten in diesen Raum. Dann ist dieser Raum, hat sich entwickelt in der Atmosphäre und so weiter. Da geht er auch nochmal genauer drauf ein. Aber unser Energiefeld war schon vorhanden und die Materie hat sich um das Feld gebaut. Weißt du, das ist wie, wenn man Computer nimmt, man programmiert etwas. Die Information ist da, die wird programmiert. Und nach der Information entsteht das Bild, was programmiert wurde. Oder das Computerspiel, was da in der Materie sichtbar wird. Aber dahinter steht ja ein Informationsfeld. Eine Idee. Eine Idee, ein Programm. Richtig. Und das ist ja schon vorhanden. Das heißt, die Evolution ist, dass sich Materie um das Feld gebaut hat. Und das Wichtige daran, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir doch, dass wir jetzt, im Jetzt-Moment, absolute Energiewesen sind, die jetzt Materie neu materialisieren können. Wir sind nicht Opfer der Materie. Wir sind die, die Materie erschaffen. Ja, das ist eine Drehung, die passiert. Eine Drehung, die wir erfahrbar machen dürfen. Dass wir wirklich erfahren, hey, wenn ich mein Energiefeld ändere, wenn ich in meinem Herzraum präsent bin, mein Leben verändert sich. Es passiert wirklich. Und dann heißt es immer, ein Wunder ist geschehen. Das Wunder ist unsere Natur. Das ist unsere Natur, dieses Wunder. Und daran sich wieder erinnern, dass das unser, das sind wir. Das ist wir, wir gestalten Materie von Anbeginn. Wir sind Schöpfer. Wir sind Schöpfer. Und das ist in dieser Entstehungsgeschichte, wie er das beschreibt, sehr detailliert wird das sehr sichtbar. Oder, dass sich Materie erst bildet. Guck mal, wir haben es auch in unserem Körper, in unseren Zellen. Wir haben die DNA. Das ist eine Information, die da gespeichert ist. Und aus der Information baut sich auf einmal ein Organ, was als Information in der Zelle ist. Das heißt, selbst in uns ist dieses Prinzip hinterlegt. Und wir glauben immer, es ist andersrum. Erst muss sich die Materie bilden und dann entwickelt sich der Geist. Der Geist folgt. Und nein, es ist andersrum. Und das ist ein super wichtiges Prinzip. Das heißt, wenn wir jetzt mal nur die physische Erscheinung unserer Personen anschauen, Personen jetzt, wie wir aussehen, ist das nur die Bestätigung einer Idee. In der Manifestation unseres Seins. Also wir hatten eine Idee von uns, wie wir in diesem Leben zum Beispiel jetzt ausschauen oder was wir mitbringen. Und wir erfüllen sie nur jeden Tag mit unserem Sein. Ja, noch anders. Also wenn wir jetzt mal die Körper-DNA in den Zellen, der Körper baut sich danach, nach dieser Information. Wir haben in unserem Seelenraum, unseren Wesenskern, wir haben eine Energie-DNA. Und in dieser Energie-DNA wird unser Energiefeldraum, ja, unser Energiefeldraum, wird reingeworfen in die Räume. Erst die geistige Welt, dann die materielle Welt. In die Inkarnation, alle Inkarnationen sind Energiefelder, die entstehen aus Informationen aus unserer Seelen-Energie-DNA. So, jetzt ist bei uns eine Besonderheit. Wir haben eine authentische Erfahrung, der Ego-Erfahrung, das heißt der Abtrennungserfahrung. Wir haben den freien Willen bekommen. Alle Licht- und Geistwesen, die haben keinen freien Willen, brauchen sie gar nicht, weil sie in jedem jetzt in Hingabe sind. Sie sind immer in ihrem Herzraum. Wir haben den freien Willen bekommen, weil wir diese Polarität, Herzraum, Zeitraum immer wechseln, ja, und Entscheidungen treffen. Und dadurch diese Abtrennung kreieren. Daher ist bei uns diese Erfahrung der Abtrennung schon in unserer Seelen-Energie-DNA als Information hinterlegt. Auch als Absicht. Als Idee, ja. Ja, ja. Obwohl das schon zu vermenschlicht ist. Also das kann wirklich noch weiter runtergebrochen werden. Wir vermenschlichen ja vieles. Es ist alles Energiedynamik. Eine Entstehung eines Raumes, eine Definition, ein Kollabieren des Raumes. Und wir sind als Menschen wirklich an dieser Schaltstelle. Wie fühlt sich das denn an, wenn ein Raum kollabiert? Ist das vergleichbar mit die Kapitulation der Persönlichkeit? Jetzt ganz im Großen. Naja, aber wir Menschen kommen ja in so Konfliktsituationen an, so Schwellen, wo wir merken, oh, jetzt arbeitet es, jetzt werde ich getriggert, jetzt kämpfe ich, jetzt habe einen inneren Kampf. Und etwas will in uns ja diesen Kampf auch loslassen. Und im Jetzt und Hier sein. In die Essenz fallen. Und da kollabiert ja ein Raum, der vorher da war, in dem Moment, wo der Kampf aufhört. Genau. Aber wie fühlt es sich an? Ja, es ist ja, eigentlich fühlt es sich an wie Sterben. Wenn man fällt. Genau. Es fühlt sich an wie Sterben. Weil du in dem Moment deine Identifikation aus diesem alten Feld ja rausnimmst. Du vorher, ein Raum kann nicht kollabieren, wenn dein Sein da drin gelegt ist, reingelegt ist. Ja, weil du wirst nie dein Sein in ein Kollabieren bringen. Das heißt, wenn du dein Sein aus einem Zeitraum rausnimmst und in den wertfreien Beobachter kommst und merkst so, okay, das war meine Realität. Ich habe immer gedacht, das ist meine Realität. Und auf einmal merke ich, nee, das bin ich ja gar nicht. Das ist gar nicht meine Realität. Und du löst deine Identifikation daraus. Dann passiert Integration. Und dann ist es aber erst mal wie Sterben. Weil du glaubst, dass du deinen Schutz weggibst. Wir haben ja diese Räume aufgebaut, weil wir uns schützen wollen im Kampf in diesem Abtrennungsraum, wo uns keiner hält. Das ist ja die Abtrennungserfahrung, ja. Wo keine Sicherheit ist, wo wir immer nur für uns alleine bestehen müssen, ist die Abtrennungserfahrung. Das heißt, wenn ich einen Raum verlasse, glaube ich, ja gut, das war es jetzt eigentlich auch mit mir, weil ich gebe den Schutz auf. Du kennst ja nur das vom jetzigen Bewusstsein, vom Ratioverstand. Und das ist in dem Moment wirklich ein Gefühl wie Sterben. Aber dadurch kommt die Geburt. Dadurch kommt diese Geburt in den Herzraum hinein. Und je öfter wir diesen Weg gehen, desto stärker wird der Herzraum. Desto weiter dehnt er sich aus. Und desto kraftvoller werden wir auch in der Manifestation unserer Potenziale, die sich dann mehr und mehr zeigen. Wie muss ich mir das auf der Begegnungsebene des Alltags vorstellen? So wie wir zwei, wir treffen uns jetzt, sitzen zusammen. Du bist ja auch Mensch. Und wenn wir so ein bisschen getriggert werden, wie gehst du praktisch wirklich in diesen Herzraum rein, in so einer Begegnung wie wir jetzt? Es ist erstmal dieses, der Trigger sorgt dafür, dass wir schnell in einen Automatismus kommen. Dass wir schnell in Handlung kommen, weil wir wollen die Situation im Griff haben, unter Kontrolle haben. Der erste Schritt ist letztendlich, okay, erstmal zurücklehnen. Ich beobachte jetzt erstmal, was hier gerade passiert. Zurückgehen. Nicht in einen Handlungsautomatismus fallen. Wirklich erstmal beobachten. Was hat mich jetzt getriggert? Was nehme ich gerade wahr? Was nehme ich wahr, das mich jetzt triggert? Und in diesem Wahrnehmen, im wertfreien Beobachter, hat man sich schon die Fähigkeit eröffnet, dass man im Herzraum Platz nehmen kann. Also man kann sich den Herzraum wirklich vorstellen wie so eine goldene Kugel drumherum, wenn man jetzt ein Bild braucht. Also so ein Raum, der aufgeht, der den Körper hält, ein Energiefeld. Jeder kann sich da auch selber ein Bild für bauen. Also es ist ja auch wieder ein Login. Ein Bild ist auch ein Login. Wenn ich mir ein Bild vorstelle oder Herzraum sage, ist das ein Login, damit der Raum wirklich aufgeht, energetisch. Wie ein Symbol, an das wir denken. Ja, wie ein Schlüssel. Und dann daran Platz nehmen. Daran Platz nehmen, wertfreien Beobachter bleiben und alle Informationen kommen lassen, die dann kommen. Und dann, ja, noch ein wichtiger Punkt, die Gefühle. Die Gefühle sind ja immer die, die uns dann wieder völlig aus der Mitte werfen, aus unserer Präsenz. Ja, die gehen dann hoch und runter, die haben ihre Wallungen und Intensitäten. Und Gefühle sind ja auch nur Energien. Es ist ja eine Information, die fließt aus einem Zeitraum, aus einem alten Zeitraum. Sonst würden die Gefühle nicht kommen. Nun neigen wir dafür, wir haben es ja dazu, wir haben es ja auch gelernt, dass wir Gefühle sind. Und, dass wir diese Gefühle sind. Ja, und in dem Moment identifizieren wir uns wieder mit diesen Gefühlen und glauben, ja, ich habe ja recht, ich fühle ja so. Das ist ja mein Sein. Das ist die Realität. Und sind dann wieder im Automatismus. Das heißt, je stärker die Gefühle zu einem Trigger sind, desto schneller fallen wir in diesen alten Raum, in diesen Automatismus. Und das Training ist, dass es wirklich auch ein Training ist, diese Gefühle als Informationen kennenzulernen, die fließen zu lassen und auch die zu beobachten. Zu wissen, okay, da fließen jetzt Gefühle. Ich nehme es auch wahr, aber sie sind trotzdem ganz alt. Sie sind nicht aus dem Jetzt-Moment entstanden. Ja, und dadurch, ja, man nimmt sich so das Drama dann auch immer mehr und mehr raus. Welche Gefühle hast du denn gerade? Ich jetzt gerade. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich auch. Das ist nicht endlich. Das ist nicht auch total verbunden mit dir. Ja, und es ist so sprudelig, ne? Ja, und sehr präsent. Also Salva, du bist einfach auch sehr präsent. Also das ist nämlich auch sehr wahr. Sehr rührig so, ja. Also rührig gerührt. Ja. Wenn wir diese Gefühle bewusst wahrnehmen und jetzt in diesen Raum eintreten, reicht nur die Absicht von dir selbst und ganz gleich, was das Gegenüber tut, das ist diese bedingungslose Präsenz. Und dadurch bist du in einer höheren Frequenz, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das Gegenüber wird sich immer nach dem Lichteren auch orientieren. Also es wird sich immer da auch mit hineinbewegen oder ist ein Gegenwehr. Nein, nein, das muss nicht sein. Es kann ja auch sein, dass du im Herzraum bist und der andere dadurch getriggert wird. Ja, und dann auf einmal in einen Schattenraum fällt. Und dann eine Polarität entsteht. Also es können verschiedenste Dynamiken passieren. Dann ist aber wieder interessant, wann fällt denn jemand wirklich dann wieder in den Schatten? Ja? Also und warum? Ist es das, was es braucht? Haben wir so Absprachen miteinander, dass ich nur wachse, wenn du in der Schattenwelt gerade zu Hause bist? Nein, 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 die Zeit ist ja jetzt auch vorbei. Es ist, eigentlich ist es immer wieder eine Einladung. Es ist ja immer wieder eine Einladung, auch für den anderen zu sagen, komm, du kannst da raustreten, jetzt in diesem Moment. Aber die Entscheidung, und das ist es, wir haben die freie Wahl, die Entscheidung, welche Schritte wir gehen. Und manche entscheiden sich einfach auch noch im Zeitraum zu bleiben, weil es noch sich gewohnt anfühlt, weil es die Komfortzone ist. Ja, weil vielleicht ist es für sie noch nicht der perfekte Moment. Ist das dann wirklich eine Entscheidung? Sobald dir was bewusst ist, kannst du doch nicht mehr nicht nicht dafür entscheiden. Doch, gibt es auch. Aber das meiste passiert natürlich unbewusst. Wenn du mit einem Zeitraum identifiziert bist, dann ist das deine Realität. Und dann bist du da drin, dann hast du die Entscheidung, das ist meine Realität, warum soll ich die jetzt loslassen? Das ist ja eine Entscheidung. Ja, es würde ja ganz viel bedeuten, zu entscheiden, ich gucke jetzt mal, ob das wirklich Realität ist. Das bringt ja richtig was in Bewegung rein, ins Leben. Ganz wie Veränderung. Und da ist gerade jetzt, wo so viel Wandel ist, ist so eine Verunsicherung, dass diese Verunsicherung im Außen natürlich auch dafür sorgt, dass du dir innerlich Sicherheit suchst. Weißt du, dass es dir noch schwerer fällt, innerlich zu wandeln. Weil dann ist Außenwandel und Innenwandel. Und dann sind wir aber richtig in Energie. Und das ist ja gerade die Herausforderung jetzt auch in dieser Zeit. Also viele, oder ich persönlich auch, ich bemerke, wie viele Menschen so ein bisschen aggressiv unterwegs sind. Sehr, also alles so beladen und schwer. Und wenn ich so manchmal ins Straßenbild schaue und mich irgendwo ins Café setze, denke ich so, ich kann mich gerade nicht verbinden mit keinem. Ich sehe jetzt keinen irgendwie, mit dem ich so leuchtende Augen austausche. Oder einen schönen, lächelnden Blick zuwerfen kann. Viele sind in so einer Glocke. Und auch immer mehr berichten über narzisstische Strukturen, egoistische Verhaltensmuster. Ist das jetzt neu oder war es schon immer so? Oder ist es nur jetzt bewusster, weil sich was verändert? Ja, es ist bewusster, weil sich was verändert. Und Salvaldo beschreibt es so, dass wenn wir in einem Bewusstseinsschub sind, ja, also im System, die Systemintelligenz hat ein Fokus gesetzt und gesagt, okay, es geht jetzt darum, in mehr Bewusstheit zu kommen. Dann werden mehr Schattenräume aus dem unteren Jahr nach oben getragen. Ja, das heißt, du bekommst mehr abgespaltenes Bewusstsein vor deine Nase gesetzt. So, also es wird eigentlich erst mal dunkler. Aber genau da ist dann unsere Entscheidung, die sagt, okay, ich nehme das jetzt und jetzt wandle ich es. Und dann wird es heller, wenn wir jetzt bei hellem Dunkel bleiben. Im Massenbewusstsein ist gerade genau das Gleiche. Also es ist sozusagen eine höhere Frequenz da, weil immer mehr Menschen in ihrem Herzraum sind. Dadurch wird der ganze Schmodder von unten, also der ganze Mist, kommt halt jetzt gerade wirklich nach oben und wird sichtbar. Aber er war die ganze Zeit ja chronisch im Untergrund. Nur weil es jetzt nach oben kommt und wir es sehen, heißt es nicht, dass das jetzt gerade entsteht. Wir kommen aus dem Schattenuniversum. Wir sind die ganze in der Linie der Zeit, das alles gelaufen. Und jetzt kriegen wir es halt richtig vor die Nase gesetzt, weil es die Aufforderung ist, jetzt zu wandeln. Und zwar in der Gemeinschaft, etwas Neues zu gestalten, neue Perspektiven zu entwickeln, neu zu erkennen, wer wir wirklich sind, welches Potenzial wir haben. Dass wir Energiewesen sind, dass wir Materie verändern. Jeder Einzelne. Also wir sind Schöpfer und ich sagte ja eingangs, und da habe ich dich ja zitiert, was aus dem Ego heraus manifestiert wurde. Und auch viele im spirituellen Bereich, ja, das müssen wir manifestieren und das brauchst du dir nur vorstellen und dann erschaffen wir das. Wo siehst du da vielleicht eventuell auch eher was Niederfrequentes, was wir als schön verkaufen? Ja, das ist jetzt auch ein spannendes Thema. Wir können manifestieren. Wir können manifestieren. Wir manifestieren eigentlich ständig. Egal, wir manifestieren. So oder so. Unbewusst oder bewusst. Es ist ja so manchmal, dass eine Ausrichtung ist, wir wollen alle glücklich werden und wir wollen alles ein tolles Leben haben. Das ist das Ziel. Also erschaffe ich mir ein Energiefeld, manifestiere mir das, visioniere mir das, das funktioniert, ja, dann können wir das erschaffen. Nur kann es sein, dass diese Erfahrung nun nicht authentisch ist für die eigene Seelencodierung, also für unsere Seelen-Energie-DNA. Jeder von uns hat authentische Erfahrungen, die wir hier erfahrbar machen. Und in Hingabe, wenn wir uns hingeben und das Wollen mal beenden, dann fließt das durch, was wir in Wahrhaftigkeit sind. Das heißt, unsere Essenz erscheint dann hier in diesem materiellen Raum. Und das ist Erfüllung auf jeder Linie und weg von, das ist auch hinzu, dieses, weißt du, wenn wir unser Sein hier in der Essenz leben, dann sind wir erfüllt im tiefsten unseres Seins. Ja, dann brauchen wir auch kein was weiß ich was. Wir sind im tiefsten Kern erfüllt, wenn wir unser Seelensein hier in den Ausdruck bringen. Und dann ist das einfach so, dass dann, dann müssen wir uns auch nichts visionieren oder irgendwie noch was vorstellen, was wir jetzt gerade wollen. Weil das sind letztendlich, wenn wir was wollen und kreieren, sagen wir mal, wir erschaffen dadurch jetzt Egomaterie, dann lege ich das in die Linie der Zeit, habe mir das erschaffen und irgendwann komme ich an einen Punkt in meinem Leben, wo ich mit dieser Egomaterie konfrontiert bin und super, dann kann ich es mir wieder irgendwie umkreieren, weil ich merke, eigentlich blockiert mich das nur auf meinem Weg, auf meinem Seelenseinweg. Ja, und das ist so dieses, es ist so verlockend, sich etwas zu wünschen von dem Willen und sich das dann vorzustellen und zu manifestieren, ja. Und auch zu merken, dass das funktioniert. Das ist sehr verlockend, aber es ist, es ist letztendlich, ist es nicht das, was uns in der tiefsten Innersten erfüllt. Das, was uns innerlich erfüllt, ist, wenn wir unser Seelensein in den Ausdruck bringen. Und das kann alles Wirkliche sein, ja. Und individuell, jeder Einzelne für sich ja auch. Auch da dürfen wir, oder dürfen schon, aber es ist, ja, für uns individuell wichtig, die Einzigartigkeit zu erkennen und auch mit diesem Vergleich und mit der Konkurrenz aufhören. Jetzt kommen mir die Tränen und ich weiß nicht, warum. Das ist so, ging mir am Anfang schon. Obwohl, jetzt habe ich mein Mikro. Der Schmerzkörper ist ja im Grunde eine Wahrnehmungsebene, also eine bewusste Wahrnehmung unseres physischen Seins. Aber inwieweit ist unser Körper eigentlich in einen Schmerzkörper eingebunden oder ist der Schmerzkörper Teil von unserem Körper? Wie können wir uns das vorstellen? Also in mir ist gerade was aktiv. Du erinnerst mich an meine Essenz und doch reagiert etwas und es kommen Tränen und ich weiß gar nicht, warum. Also etwas will sich da lösen. Tränen sind in dem Fall, auch was bei mir am Anfang war, dieses Tränen sind, jetzt kommt bei mir das, glaube ich schon wieder, es ist eine Erinnerung an unsere Heimat. Es ist die Erinnerung. Aber jetzt wird mir kalt. Oder ich kriege diese Gänsehaut überall. Weißt du, und das ist Heimat. Ja, es ist Heimat. Und es ist, wir haben über Inkarnationen, Inkarnationen, haben wir in uns eine Sehnsucht, die immer der Motor war für das Weitersuchen, ja, in der Sehnsucht Weitersuchen. Und ein innerer Ruf, da ist etwas, da ist etwas, da ist etwas, ja. Ja, das ist jetzt auch wieder neu, was wir hier machen, ne? Ja, und siehst du, das war ganz am Anfang dieser Sendung, da habe ich gemerkt, so, wow, da geht voll richtig was auf. Und es ist diese Erfüllung, diese Erfüllung jetzt zu spüren, ich kriege die Tür gerade so auf, ich kann durchgucken und ich erkenne wirklich meine Heimat gerade, ich spüre sie, ja, das ist dieses Gespür, ich spüre sie und habe eine Ahnung, dass diese ganze Suche in den ganzen Inkarnationen eine Erfüllung finden, eine, eine, es ist, es ist wahrhaftig so. Ist es das, was Jesus sagte mit, wenn sich zwei begegnen, ist es geschehen? Ja, es ist die Erinnerung. Wir erinnern uns, also indem ich in absoluter Präsenz auf dich schaue und du auf mich, erinnern wir uns, wer wir sind. Ja, und es ist auch, wir brauchen ja auch keine Worte eigentlich mehr, weißt du, wir sprechen zwar jetzt darüber, aber wenn wir beide jetzt hier sitzen und uns angucken, wir bräuchten eigentlich nicht sprechen, weil wir wissen es schon, in dem Erkennen ist es schon da. Ja, es ist eine neue Form des Fernsehens, wo Make-up und Klamotten keine Rolle mehr spielen und die Wimperntusche verschmiert, weil brauchen wir nicht mehr, wir heulen ja eh nur noch. Aber nochmal zurück zu diesem Schmerzkörperthema. Es ist ja auch spürbar gerade, dass die Menschen, und sichtbar, dass die Menschen Gehprobleme haben, dass sie wirklich unter schweren Symptomen leiden. Jetzt könnten wir sagen, auch das ist Liebe, sie haben sich das erschaffen, um eine bestimmte Erfahrung zu machen. Ist das so? Du meinst körperliche Symptome? Ja, auch Krankheiten und alles, was so weh tut. Ja, also einmal zum Schmerzkörper. Wir haben eine Schattenaura und wir haben eine Lichtaura um uns herum. Diese Auren sind Ablageorte, Ablagerungsorte, also wo praktisch Energien, jetzt nehmen wir mal, wir sind im Zeitraum, wir haben noch Zeiträume, die aktiv sind, die Energie aus dem Zeitraum lagern sich in den Zellen ab. Wenn die Zellen voll sind, geht es in die Schmerzaura. Also es ist wie nochmal eine Rücklagerung von diesen Energien, weil sie nicht ins Fließen gebracht worden sind. Schattenraum ist abgespaltenes Bewusstsein, ist blockierte Energie, die gehalten wird. Liebe, freifließendes Bewusstsein ist Lichtuniversum. Das heißt, da fließen alle Energien ständig. Das ist immer ein Fluss, immer ein Wandel, die ganze Zeit. So, unsere Ablagerungen im Schmerzraum wollen entleert werden. Unsere Zellen wollen entleert werden. Das heißt, wenn du einen Trigger bekommst, hast du die Einladung zu sagen, okay, dann entscheide ich mich jetzt, ich entleere diesen Raum. Ich entleere die Zellen, ich entleere meine Schmerzaura. Ja, dass das wieder ins Fließen kommt, weil dann wird es angebundenes Bewusstsein. Bei den Körpersymptomen oder allen Symptomen. Es ist so, entweder es sind Symptome, wo wir Egomaterie nochmal manifestieren. Das heißt, ich identifiziere mich wieder mit diesem Zeitraum, drücke diese Energie noch mehr in meine Zellen. Die Zellen explodieren fast, die sind so voll, dass sie es gar nicht mehr halten können. Auch der Schmerzkörper ist so voll, dass er es gar nicht mehr halten kann. Also alle Räume sind bedient und voll. Ich entscheide mich nochmal für diesen Raum und dann gibt es eine Dekompensation. Und wumms, wir haben unser Symptom. So, eine andere Möglichkeit, und die ist wichtig und die ist viel zu wenig gestreut, eine andere Möglichkeit kann sein. Wir sind auf unserem Bewusstseinsweg. Wir sind dabei zu transformieren. Ja, wir sind wertfreie Beobachter im Herzraum. Wir gucken uns einen Schmerzraum an, ein Feld, ein Energiefeld aus der Vergangenheit. Wir tauchen ein, beobachten das. In dem Moment entleeren sich die Zellen, entleert sich der Schmerzkörper, die fangen an zu fließen. Sie fließen aber nochmal durch unser System. Weißt du, es ist wie Entleerung und es fließt nochmal durch. Es will nur gefühlt werden und dass es sich löst. Es will nur gefühlt werden und sich lösen. Es will gesehen werden. Und auch die Körpersymptome. Es kann sein, dass in dieser Zeit der Entleerung Körpersymptome entstehen. Rückenschmerzen sind, Kopfschmerzen, was auch immer. Es ist aber, weil sich etwas integriert, weil sich etwas heilt. Und es heißt nicht deswegen, oh, du hast Rückenschmerzen, du hast wohl ein Thema. Weißt du, musst du mal hingucken. Nein, es kann sein, dass derjenige gerade mittendrin ist, diesen Raum zu integrieren und ganz viel Heilung geschieht. Und es ist ein Unterschied, wo wir gerade da sind in dem Symptomatik. Letztendlich, egal welche Symptomatik wir haben, wir können uns in jedem jetzt sagen, ich gehe in die Entleerung. Weil wir können ja sofort shiften. Wir können ja aus einer Ego-Manifestation können wir sagen, gut, dann gehe ich jetzt in die Entleerung. Mag sein, dass es eine Manifestation ist, aber ich entscheide mich jetzt um. Und das ist auch, das finde ich auch so genial, wenn wir eine Systementscheidung treffen. Ja, einfach sagen, gut, ich gehe jetzt in die Entleerung, ich entscheide mich jetzt dafür. Dein System ab dem Moment richtet sich danach aus. Und dir wird im Leben in den Schritten all das gegeben, was du dazu brauchst. Das kann in der Linie der Zeit, das kann dauern, ja, das kann auch ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern. Aber du hast deinen Fokus gesetzt und dein System läuft diesen Fokus, weil du Schöpfer bist. Das heißt, Entscheidungen sind wegweisend. Was könnte jetzt so ein Fokus sein? Eine Entscheidung? Ja, weil du sagst jetzt den Fokus. Das, welcher, was könnte das jetzt sein in einem Fall, wenn jemand Rückenprobleme hat? Es könnte eine Entscheidung sein, ich entscheide mich dafür, diesen Raum, dieses Energiefeld, was diese Rückenschmerzen als Information beinhaltet, zu durchdringen, zu entleeren, zu erkennen, in ein freifließendes Bewusstsein zu bringen. Steht. Dann wird dir alles Mögliche im Leben gespiegelt, damit du mehr und mehr in diesen Raum reinkommst, diese, das ist Detektivarbeit, diese Energien, ja, verstehst und mehr und mehr ins Fließen bringst. Wenn wir bewerten in dem Moment, ja, egal wie, wenn es gibt eine Situation, sobald wir anfangen, bewerten, setzen wir Anker, ne? Dann setzen wir sozusagen wieder Blockaden ins eigene Feld und somit kann es sich ja gar nicht leeren und fließen. Also die Bewertung raus, Präsenz. Ist das das Mitgespür, wie du es nennst? Ja, das ist das Mitgespür. Das Mitgespür ist im Herzraum. Die Zirbeldrüse ist das Organ, was das Mitgespür befähigt oder was uns befähigt zum Mitgespür. Und es ist das Erfassen, das Gewahrsein eines Energiefeldes. Es ist wie eine Wahrnehmung, eine Wahrnehmung des Energiefeldes, ohne das Feld zu sein. Ja, es ist schon... Und doch bist du es. Und doch bist du es. Aber in dem Moment mit der Entscheidung ist nicht zu sein. Ja. Eine neutrale Wahrnehmung des Energiefeldes, Beobachtung, obwohl sich dieses Feld in deinem Körper ausdrückt. Durch Gefühle, durch Körpersymptome, durch Gedanken auch. Gedanken genau das Gleiche. Ein Energiefeld ist mit Informationen voll mit Gefühlswelt, Gedankenwelt und Körperempfindungen. Diese drei Faktoren gehören in ein Feld und die gehören auch zusammen. Immer wieder. Ich mache das Beispiel. Das finde ich so ein gutes Beispiel für... Also, ein Junge isst gerade Schokoladeneis. Ja, und ein Fahrradfahrer fährt in ihn rein und er bricht sich das Bein. Er hat sich vielleicht vorher mit seinem Freund gestritten. So, jetzt haben wir als Informationsfeld, er isst Schokoladeneis, er hat sich gerade mit seinem Freund gestritten und jemand fährt ihn ins Bein. Und das bricht. Also Schmerzen im Bein, ja. Ist ein Erfahrungsfeld, wo all diese Informationen zusammen gespeichert werden. Wie ein Programm. Also ein Informationsfeld. Jetzt ist er erwachsener Mann, ja. Isst vielleicht Schokoladeneis und kriegt Beinschmerzen. Um es jetzt mal bildlich zu machen, ja. Wie das funktioniert. Das heißt, er ersetzt ein Trigger aus diesem Energiefeld und alle Informationen, die in dieses Feld gehören, machen auf einmal plopp, 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 gehen auf. Du bist in diesem Feld und gut, niemand hat es uns beigebracht, ja. Wir sitzen und denken, wieso kriege ich jetzt Beinschmerzen? Ich habe keine Ahnung, was habe ich denn jetzt gemacht? Wir haben ja diese Systemintelligenz nie beigebracht bekommen, wie das funktioniert, ja. Und durch diese Energieanatomie werden wir wirklich befähigt, mal zu erkennen, wie das zusammenhängt. Wie wir da wirken können. Wie wir das begreifen lernen können, ja. Und natürlich, welche Werkzeuge wir haben. Also mir kam gerade das Bild, ja, und wenn er es dann erkannt hat, trifft er irgendwann eine dunkelhäutige Frau, an der er dann rumnascht und auch wieder Beinschmerzen kriegt. Dann ist es nur die nächste Ebene, wo er die Schokolade mit dem Eis nicht mehr sieht. Weißt du, was ich meine? Oh Mann, ey. Also irgendwann wirst du doch verrückt. Nein, so kannst du das jetzt wirklich nicht sehen. Naja, aber wenn ich doch Schöpfer bin. Oh Gott. In dem Feld ist ja nicht jetzt eine dunkelhäutige Frau abgespeichert. Naja, doch, die war bei mir gerade aber da. Also gibt es bei dir was auch jetzt. Aber unsere Felder bedingen sich ja auch. Es ist ja nicht so, dass du nur deine Räume hast, sondern sobald wir jetzt hier sitzen, teilen wir einen Raum. Kann man das so sagen? Ja. Oder wir kreieren gerade einen neuen. Wir kreieren ja aus dem Jetzt-Moment einen neuen. Immer und immer wieder, wie Seifenblasen. Ja. Gibt es denn irgendetwas, was Salvador uns heute noch mitteilen möchte, so für zwei, drei Minuten? Weil ich habe so das Gefühl, der ist ja da. Und wir reden, aber irgendwie ist er präsent. Und du bist für mich so eine Art Übersetzerin. Mhm. Gibt es da was? Muss ich kurz reinspülen, warte. Also es ist die ganze Zeit schon, dass das gesagt werden möchte, ne? Das ist, äh. Es ist so ein bisschen, das macht er eigentlich nie. Das ist ja eigentlich jetzt spannend. Das war die Frau. Oh. Nein. Es ist so ein bisschen die Energie, die gerade dieses, hey, ihr dürft auch diese Leichtigkeit und dieses Verspielte da mit reinnehmen, ja? Also, ähm. Genau. Ja, es ist natürlich, es ist wirklich harte Bewusstseinsarbeit, wo wir manchmal hängen, ja? Es ist ja wirklich, ne? Wenn wir in solchen Zeiträumen sind, das ist nicht witzig, ne? Ja, aber wir dürfen auch immer wieder uns daran erinnern, dass es ein Spiel ist und dass wir das auch, ähm, mit einer Leichtigkeit und einem Humor mit, ähm, mitnehmen dürfen. Deswegen wurde mir das Bild wahrscheinlich jetzt auch geschickt, so, dass ich so innerlich schon wieder so neu aufschalte und sage, nimm jetzt mal alles nicht so ernst, sondern bleib wirklich mal in diesem, ja? Also ist die Botschaft letztendlich, feiert das Leben, genießt euch, habt Spaß, nehmt mit Witz und Humor, manche Räume. So würde ich das jetzt nicht sagen. So würde ich es jetzt, glaube ich, nicht sagen. Es ist, die Schwere rausnehmen, ja, weil es auch da natürlich jetzt darum geht, im Herzraum auch in diese Leichtigkeit, in dieses Lichtvolle zu kommen. Schattenuniversum ist schwer und Drama und, und Schock und, 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 ja? Also da dürfen wir auch raustreten und wir dürfen uns erlauben, neue Erfahrungen zu machen, dass es auch leicht sein darf und wir dürfen erfahren, dass es auch Freude machen darf und, ja, dass man auch Humor dabei entfaltet. Also weißt du, es ist, wir dürfen aus dieser Realität austreten, dass alles so schwer ist und so voller Last und voller Drama und voller Dunkelheit, weil da kommen wir ja her, ne? Dass wir, dass wir da auch uns erlauben, etwas anderes zu erfahren, etwas anderes zu kreieren und trotzdem ist es immer wieder der Fokus in die eigene Präsenz. Ja, trotz, trotz, dass wir Quatsch machen, dass wir Spaß haben, dass wir Leichtigkeit haben, dass wir, ne, was kreieren, was Buntes, trotzdem ist da drunter immer eine Ebene, wo du in deiner Präsenz dich hältst und auch jetzt, auch die Freude, den Humor, diese Kreativität, auch das aus dem Beobachter erlebst. Weil im Herzraum bleibst du Beobachter, da kannst du, ne, alle Freude, Leichtigkeit und sonst was erschaffen und doch bist du auch wieder Beobachter. Weil sonst, sonst legst du dich in diesen Pol rein und eigentlich lädst du dann... Nicht damit identifiziert sein. Ja. Es ist, im Herzraum bist du Beobachter jeglicher Erfahrung, die du erschaffst. Und wir dürfen anfangen, leichte Erfahrungen und, ne, Freudige auch zu erschaffen. Und doch ist es in der Präsenz. Und die Präsenz ist neutral. Und das ist manchmal etwas ungewohnt. Weißt du? Das ist ungewohnt, weil wir ja noch hier im Leben dieses, ja, noch so konditioniert sind zu erfahren und dieses gewohnt sind. Weißt du? Ganz Freude, Yippie, Erfolg, Juchu. Und dann Wumms, haut es uns wieder runter. Jetzt sind wir wieder im Tal. Und dann Juchu, sind wir wieder oben. Wir haben es geschafft. Also, wir sind ja diese Wellen so gewohnt. Und im Herzraum bist du halt da. Also, es ist Präsenz. So, ja. Und aus diesem heraus beobachtest du das. Und es ist ein anderes Lebensgefühl. Darf man sich auch dann dran gewöhnen? Also, ja. Also, aus deinem Buch, zitiere ich jetzt noch was, aus dem aktuellen Buch. Christiane, es ist so schön, dass es dich gibt. Und viele Grüße von Salvador und an Salvador und an alle Welt im Wandel Zuschauer, die dieses Gespräch heute miterlebt haben. Danke, danke, danke. Und alles, alles Gute. Vielen Dank, danke. Euro-Guten-Riet. -